Hi Leute, hier sind wir wieder und ja Leute, vielleicht wisst ihr es ja, wir machen in letzter Zeit viele Videos zusammen. Das hat diesen Grund, weil wir auch zusammen wohnen und wir dachten uns als Abonnenten-Special, zeigen wir euch einfach mal unser Haus, also sozusagen unser Roomtour. Man muss sagen, es ist nicht aufgeräumt, aber ich finde das geht schon klar. Also wir haben uns schon ein bisschen mehr gegeben, wir haben hier ja auch noch ein bisschen Sachen weggeputzt und so. Also wir haben noch ein bisschen renoviert. Ja, und wir haben auch nicht so viel, komm starten wir uns wie eigentlich ein Video. Ja, also hier ist unser Esszimmer, also hier essen wir normalerweise. Ja, und das ist eigentlich der... Vielleicht geht das Licht, ich weiss nicht. Ja, es geht heute halt nicht. Ja, es geht nicht. Film mal rein, komm mit, wir brauchen Licht. Ja, da drüben ist unsere Küche, da ist es halt ein bisschen nicht aufgeräumt, aber ich finde es geht schon klar. Alles Esszimmer. Wir haben noch nicht so viel eingeräumt, ja, aber es ist schon gut und so. Ja, also ich glaube, das geht noch an. Ja, ich würde sagen, das ist das schon mit unserer Roomtour. Ja, falls wir euch noch mehr von dem Haus zeigen wollen, lasst unbedingt einen Like da und ich würde sagen, ciao. Leute. Leute.